So, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Lied, des ersten Sets. Wir spielen heute acht Sets. Auf der Demo ist alles wieder hochgekommen jetzt. Ha! Gestern Abend war ich mit meinem Kumpel's Hof gewesen. Sollt ihr morgens früh losgehen, zur Demo? Harry sagt zu mir, na komm los, wird zu spät. Habe ich ihm erst mal vorhin gegeben. Dann kann ich zu mir, na denk dran, du musst doch Plakate kleben. Habe ich gedacht, auf mich ist Verlass, ich hab's noch nie ertäuscht. Weißt du, was soll mir noch einmal richtig ertäuscht, aber nur einmal. Komm los ab, du. Habe ich lange nach Hause gegangen, leg mich sonst fest, kriegst ja auch mich zu. Habe ich so vor mich hingestarrt, mir auf einen reingeklemmt, der Korn hält wach. Habe ich kein Problem in der Welt, habe ich vielleicht den Abend durchgemacht. Irgendwann am Morgen beschwinde ich so hamsame Jucken. Und ganz plötzlich sehe ich Farben und Töne vor mir. Und das ging so. Häuser, was ist denn jetzt los? Am Schmeifel, weil es frei. Da gehen wir einen suchen, am Tag der Arbeitslosigkeit. Häuser, was ist denn jetzt los? Am Schmeifel, weil es frei. Da gehen wir einen suchen, am Tag der Arbeitslosigkeit. Am nächsten Morgen mach ich auf, spitzenass geballert. Was soll denn das? Meine Hunde sagt zu mir, wolltest du nicht zur Demo gehen? Achso, die hab ich vergessen. Kommt mal gleich die Glöße an. Der Frühstück erst mal ein Arschmecher. Was soll denn das? Plötzlich ging das Telefon. Ja, ich komm ja schon. Aber welches Arscher ruft mich am Abend auf diese Zeit. Hätte ich von Allgeister verlassen, oder was? Achso, sind meine Kumpels dran? Hallo, wer ist denn da? Hallo, sprich, Verwindung. Achso, ja, ich bin zu spät. Kein Problem. Ich hab ja gestern Abend meine Schule nicht ausgezogen. Da kann ich ja gleich losgehen. Ich schläpp mich also in die Treppe runter. Was macht denn dieser Kinderwagen da? Welcher Dutz hat den in den Land gestellt, mitten auf die Treppe? Das kann ja wohl nicht wahr sein, so ein scheiß Kinderwagen. Ich behol mich erst mal, fünf Minuten später, Zigarette hier noch. Pack ich den Kinderwagen voll mit meinem ganzen Bier. Immer schläge, rei gepackt, Zigarette hier rauft. Für ein paar Kartenklinge habe ich jetzt aber wirklich keine Zeit mehr. Ich freu mich schon, gleich geht's los. Und innerlich höre ich schon, die mir altbekannte Weise. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Am 2. Meilen ist ein 3. Da gehen wir rein und suchen. Dann sagt ja, was soll ich sein. Was ist denn jetzt los? Was soll ich nach Meilen ist ein 3? Da gehen wir rein und suchen. Dann sagt ja, was soll ich sein. Komm ich am Seelefelderplatz, kein Schwein da. Ich glaub, ich spinne. Das geht noch am Seelefelderplatz los. Wo sind wir denn da hin? Erstmal ran an den Kiosk. Kleine Pulle gekippt. Da schleicht sich ganz langsam ein Schatten vorbei. Hier, geblieben, Harry. Hey, was machst du denn hier, Mensch? Wir müssen doch zur Demo gehen. Ich werde gleich sauer. Da vorne, 20 Minuten später. Schön aus, da siehst du schon weit vor mir. Gebrüller an Gale, 25 Minuten später, dann ist es schlechter. 20 Mal ist Korte, bis er nicht mehr zu betrattet. Wir reilen laut, schieben unseren Kindern vor einem Schatten. Ganz langsam. Immer schön langsam. Und die Bullen kriegen das Kotzen. Und der Spießer sagt, was machen die denn da? Und Tari sagt, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Und da ganz vorne steht ein mit dem Ende der Fohlen. Und die ganze Menge brüllen sich in Ekstase wie in einem Gottesdienst. Was war was ist denn hier los? Und unser 2. decjonaltes Meistum? Dann gehen wir alle, wenn so fett? Dann tut der Arbeitslosigkeit momentan. Was war was ist denn jetzt los? Wir sollenid Energien volver, Mais weil Dann gehen wir heute, wenn so fett? Dann tut der Arbeitslosigkeit momentan. Für alle von euch leuchtet nicht auf dem ProBot. Ich denke, ich habe ihn vergesst, ich habe ihn vergesst.